Safari in Südafrika. Die richtige Lodge und das richtige Reservat sind hierbei entscheidende Faktoren. Das Hillsnake Safari Camp im Amakala Game Reserve ist eine familienfreundliche Lodge an einem malerischen Ort im Eastern Cape. Übrigens malariafrei. Die Lodge erreicht man von Port Elizabeth in circa 70 Kilometern und rund einer Stunde Fahrt. Die Hauptlodge besteht aus komfortablen und luxuriösen Safari-Zelten. Innen fehlt es einem an nichts. Die offene Dusche ist wohl eines der Highlights. Neben dem wohnlichen Komfort bietet die familiäre Lodge eine hervorragende Küche. Jede Mahlzeit ist ein kleiner kulinarischer Höhepunkt afrikanischer Köstlichkeiten. Der Lodge-Pool bietet die gewünschte Abkühlung an heißen Tagen. Doch kommen wir zu den Highlights, die Safaris. Erfahrene Ranger fahren bereits frühmorgens mit den Gästen auf den ersten Game Drive dem Sonnenaufgang entgegen. Und wenn das Adrenalin so richtig auftritt, bei der Suche nach Löwen oder bei einer Elefantenherde, dann ist das Südafrika live. Und fast immer haben die Ranger der Hillsnake Lodge den richtigen Riecher. Wie hier in diesem Fall, eine Löwenfamilie beim Frühstück erwischt. Die Natur rund um die Lodge ist einzigartig und erfüllt Safari-Träume. Die Lodge ist aufgrund ihrer familiären Führung und der Lage genau das Richtige für Familien. Neben Safari-Abenteuern zwischendrin einfach mal die Seele baumeln lassen und die Mitarbeiter lesen einem jeden Wunsch von den Lippen ab. Am Abend kommt man dann nach dem guten Essen am Kamin zusammen und erzählt über die Abenteuer am Tag bei einem guten Gläschen Wein. Das ist Safari-Urlaub in Südafrika. Das ist Safari-Ausages. Untertitelung des ZDF für funk, 2017